läuft das ist an alles klar so meine lieben freunde ich wollte es ja eigentlich noch ein bisschen geheim halten aber es ist schon durchgesickert wahrscheinlich folgendes ist passiert ich habe das hier bekommen da sieht man das ich habe meine hand davor und das nicht so spiegelt eine video und die habe ich zu weihnachten gekriegt und hat auch dementsprechend viel geld gekostet premium paket und ich dachte ich packe immer aus so das ist jetzt das unboxing und eigentlich bin ich nicht so ein freund von unboxing das kostet immer zeit und nerven wie sich das anzugucken wie da jetzt ein karton aufreißt also habe ich das vorbereitet da ist das gute stück also sage ich meine fresse in dem gamepad ich würde sagen ich freue mich aufs nächste video schuss